hallo liebe mäuse und herzlich willkommen zu martin läuft episode 93 gut was ist passiert ich bin diese woche zweimal gelaufen ich wollte heute eigentlich noch mal laufen gehen aber dann wurde ich dann bin ich mit einer bekannten zum kochelsee gefahren wollte dort dann eigentlich schwimmen gehen aber es war leider viel zu kalt aber trotzdem warm genug damit ich mir einen sonnenbrand hol wie ein idiot aber gut ja ich bin halt auch leider das bleicheste monscheinkind überhaupt ansonsten bin ich zweimal gelaufen einmal davon wieder da bin ich zwar 11 kilometer gelaufen aber die zehn kilometer wieder unter 70 minuten das war ganz gut da hatte ich dann eine durchschnittliche zeit von sechs minuten 56 glaube ich will das war eine sekunde langsamer als letztes mal und das fand ich ziemlich albern genau was ist sonst noch passiert im job nicht viel das einzige was ist ich kriege jetzt ein neues auto das ist ganz nett aber das ist halt der job genau ja genau am kochelsee war ich da habe ich aber keine fotos gemacht aber es war richtig richtig schön und ja zwei mal gelaufen genau nächsten freitag also wenn ihr das seht ist es ja montag und der freitag drauf da werde ich die meine zweite impfung bekommen und ich hoffe dann bin ich auch durch geimpft und alles ist gut wieder ansonsten ja passiert schon noch nebenbei schon noch immer so ein bisschen was aber das alles noch nicht so spruchreif und ansonsten arbeitet man halt und das ist halt herzlich langweilig genau ja das war es eigentlich schon wieder tut mir leid so viel ist gar nicht passiert doch 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 zwei sachen nach auf der einen seite und das ist natürlich schon letzte woche passiert wurde ich von jemandem angesprochen da war ich in battles auf dem parkplatz und dann kommt jemand her und meint so entschuldigung machen sie videos im internet so ja aber der hat mich dann verwechselt hat nämlich nicht die laufvideos gemeint sondern andere videos irgendwie irgendeinem idioten sehe ich anscheinend ähnlich und das andere war hannes hat geschrieben zur folge schuldigung vom schälen der zwiebel hat er geschrieben dass er auch nicht weiß was mittel und was zweck ist aber dass ich auf jeden fall die zwiebel bin und ja mal sagen wir es so der hannes ist halt kein philosoph grüße deswegen ja das hat bedeutung aber ich weiß nicht ob wirklich so viel oder auch nicht keine ahnung genau ich bin ich bin gerade echt ein bisschen müde ich nehme das heute auch relativ spät auf und jetzt schnell ich das video einfach mal schnell und dann habt ihr es für morgen und ich wünsche euch eine schöne woche und eine gute zeit und dann haben wir uns nächste woche wieder und ich hoffe da habe ich dann bessere bessere nachrichten wieder das video ist jetzt vorbei aber natürlich habt ihr die möglichkeit hier oder hier oder hier oder hier noch andere videos anzuschauen staffeln anzuschauen den kanal zu abonnieren und natürlich könnt ihr hier auch noch unter martin läuft nein unter herr efilms gmail.com eure herausforderung rein stellen und natürlich werde ich auch irgendwann wieder den bart ein bisschen mehr verlieren und auch die matte hier oben ein bisschen mehr verlieren wenn die krise wieder ein bisschen zu ende geht ich wünsche auch auf jeden fall viel spaß like das video abonniert den kanal schreibt einen kommentar das würde mich sehr freuen zu den ganzen themen die ich da wahrscheinlich besprochen habe aber da das ein video ist das jetzt nach jedem video kommt vielleicht habe ich auch andere themen besprochen ich weiß es noch gar nicht weil die anderen videos noch gar nicht gedreht wurden gut